Martin Action! Ene mene mu! Weg bist du! Ich fahr rechts! Ich fahr links! Ich fahr links! Ich fahr links! Da liegen die kleinen, süßen, nicht dreckigen Fahrräder. Gleich geht es im Wald und dann wollen wir uns mal ein paar nette Wurzelpassagen anschauen. Wir wünschen viel Spaß. Ist da ein Reh? Nimm den anderen Baum auch noch mit. Oh, ich kann es so lange nicht balancieren. Den hier? Oh, ich kann es lange nicht balancieren. Ja, ich habe es geschafft. Hier hin. Und dann hier. Ja. Zeigst du die Kamera von oben, wie steil das runtergeht? Guck, guck. So, jetzt machen wir die Handaufnahmen. Wurzel, da rüber und an meinem Fuß vorbei. Ich muss nicht mehr raus, verdammt. Ich muss erst mal drehen. Wir kommen, ich muss schon mal. Du musst noch mal fahren, ich war zu weit hinter dir. Und auf geht's. Was machst du denn? Das war die Strafe. Macht nichts. Ich glaub's auch. Übermut tut selten gut. Dazu krieg ich wieder die Peitschen ins Gesicht. Kein Baum. Scheiß Baum hier. Interessiert auch keinen. Oh. Was machst du denn? Einmal drumrum. Entschuldigung. Das war jetzt der Übermut. Oder die Müdigkeit. Mein Baum. Scheiß Baum. Das geht doch mal. Ja. So wie hier. Vor den Dornen. So. Und. Erstmal geht's hier lang. Und dann geht's hier. Genau. Schönen Baum. Aber da muss ich mich recht hinter. Nein. Auf Wiedersehen. So. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, hier meinst du? Jo, stimmt. Ja, fahr links dann. Ey, du traust mir was zu. Links ist nicht meine... Nee, das ist nicht meine Seite. Ja, fahr links lang. Natürlich, du kannst das. Willst du vor? Ja, dann komm. Ja, komm. Oh, das ist eine kleine Höhle. Nicht so schmale, so breite Lente. Also nicht sehr wunschbar. Ja, der geht sich gut. Der geht sich schön. Da unten fährt sie. Ganz unten. Nein, hier hin. Hier hin. Und dann hier. Fertig? Mhm. Willkommen. 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 Wo bist du denn? Wink mal. Ach da. Du brauchst mich nicht sehen. Du musst weiter nach, von dir jetzt gesehen, links. Noch ein Stück. Noch ein Stück. So, und jetzt runter. Und jetzt die Kamera im Winkel nach oben. Ja, sehr gut. Du kannst die doch in der Hand auch drehen. Genau. Nach hinten, zieh zu dir. Ja, ich muss ja immer locker machen, du stellst. Nein! Das passt doch nicht. Mann, das nervt mich nicht. Selbstverständlich, hier runter. Los, komm! Ich krieg einen Krampf. Der Winkel ist nicht, der muss höher. Ja, genau so. Sonst hast du dich drauf. Dann komm ich jetzt. Oh! 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 Hannes, komm ich mal los! Oh! Ja! Oh! Oh! Tu? Oh! Ja! Ich kann dir das nicht sagen. hoch, rücker Juhu! Nun war es so schöner gleich nochmal nur andersrum Nach dem Juhu Töter 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 Der auch! Und runter! Und runter! Vielen Dank, bist du schon. Juhu! Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Juhu! Habe ich euch schon mal gesagt? Juhu! Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich euch schon mal gesagt habe? Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich euch schon mal gesagt habe? Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich euch schon mal gesagt habe? Habe ich euch schon mal gesagt habe? Habe ich euch schon mal gesagt? 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 Habe ich euch schon mal gesagt?